Willkommen Leute zu einem wunderschönen Tag. Es ist Anfang der Woche, vergangenen Wochenende war das Opening Weekend bei Omlop Head Newsblatt. Einer der ersten großen Klassiker. Was ein spannendes Rennen. Wir saßen alle hier im Training Camp und haben uns das auf einem großen Fernseher gegönnt und sind dann teilweise wirklich ausgerastet. Und Lennart und ich haben uns mal hingesetzt und haben schon ein paar Daten auseinandergenommen. Und wir schauen uns mal ein bisschen an, was es braucht, um bei Omlop vorne mit reinzufahren. Und ja, starten wir doch mal direkt mal los. Wir haben jetzt ein paar Daten mitgebracht von ein paar Ridern, die ihre Leistungsdaten auch öffentlich gestellt haben auf Strava. Und hier haben wir beispielhaft einen Auszug aus einer kleinen Passage mitgebracht, weshalb die Klassikerrennen so spannend sind. Denn was wir im Fernsehen sehen, ist immer, dass am Anstieg alle voll am Horn ziehen und da richtig rüber gemetert wird. Aber was wir nicht unbedingt immer sehen, ist vor allem die Efforts, die es braucht, um sich entscheidend zu positionieren vor so einem Anstieg. Und das ist meistens viel entscheidender als der eigentliche Anstieg selber. Denn wenn wir jetzt mal hier eine Phase raussuchen, wir haben jetzt hier einmal normiert eine 4-Minuten-Phase bei Strava rausgeguckt, vor einem Anstieg. Da sehen wir mit Tiespinot 346 Watt, ungefähr 72 Kilo. Alexander Christoph mit 261 Watt unterwegs, 78 Kilo. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass er jetzt deutlich weniger oder mehr leisten musste wegen seinem Gewicht, sondern deutlich weniger leisten musste. Gianni Vermersch mit 352 Watt. Greg van Avermaat mit 274, auch wieder weniger. Oliver Nasen mit 317 und Colbrelli mit 267. Und was interessant ist, dass wir halt sehen, dass die Fahrertypen unterschiedliche Aufgaben haben. Tiespinot war im Einsatz für Wout van Aert, also für Jumbo Wisma unterwegs. Das heißt, seine Aufgabe ist, seinen Kapitän richtig zu positionieren und ihm quasi 60 Watt abzunehmen in diesen 4 Minuten vor dieser Passage. Und das ist genau das Entscheidende, sich richtig zu positionieren, wenn es dann in den Anstieg hineingeht. Ein weiterer interessanter Indikator für gerade Klassikerrennen, was jetzt bei Omloop sehr beispielhaft schön zu sehen ist, ist hier dieses Powerpfeil von Tiespinot. Tiespinot, da sehen wir eigentlich in der Leistung, wir sehen uns hier durchschnittliche Leistung von 258 Watt über das ganze Rennen hinweg. Und sehen wir einmal, wie quasi genau gegen Mitte des Rennens ab Kilometer 100 die heiße Phase beginnt. Davor ist das jetzt nicht einfach, aber da wird tendenziell eher mal Glykogen eingespart. Also entspricht mehr über Fat Max, Fat Oxygen gefahren, bis Sweet Spot mal ran, okay, aber gar nicht so große Efforts geleistet. Aus den ersten 100 Kilometern, da sollte nicht so viel passieren. Die letzten 100, das sind die entscheidenden. Das heißt, am Anfang schön ökonomisch durchkommen, vorne die Ausreißer fahren lassen und dann gegen Mitte des Rennens sehen wir, wie das da einmal komplett hoch geht. Dann heißt es, Jungs, ab nach vorne, jetzt wird es heiß, jetzt kommen die entscheidenden Berge. Und jetzt werden die Efforts geleistet, um die Kapitäne aus dem Wind zu halten und jetzt selber taktisch entsprechend agieren zu können. Ein weiterer interessanter Verlauf ist, wenn man sich zum Beispiel mal einzelne Helfer anschaut. Hier haben wir einmal einen Powerfall von Guillaume von Kersburg vor dem Wolfenberg. Und da hat Lennart schon quasi mir erklärt, ey, was macht ein guter Helfer aus? Und zwar, dass er sich im Dienste des Kapitäns seine Leistung quasi einsetzt, haben wir gerade schon darüber gesprochen. Wir gucken jetzt einmal hier auf diesen Verlauf. Lange gerade Rechtskurve, lange gerade Linkskurve und eigentlich gar keine entscheidende Stelle. Aber Guillaume von Kersburg fährt hier 1,40 Minuten mit 492 Watt vor einem Anstieg, um entsprechend seinen Kapitän aus dem Wind zu halten, um dort seinen Effort zu leisten. Und dann, wenn es quasi nach der Lange gerade linksweg in so einen Feldweg geht, den Kapitän vorhin abgeliefert zu haben und dann quasi vorhaben seine Leistung erbracht zu haben. Aber gar nicht im Finale entscheiden, mitspielen zu können, sondern einfach nur vorhin abliefern und dann ist gut. Okay, wenn man sich das Rennen angeschaut hat, sieht man, dass Guillaume von Kersburg eigentlich für keinen fährt. Der fährt von vorne, geht dann raus und sein Kapitän ist dann nicht in der Nähe. Aber das ist genau das, was ein guter Helfer ausmacht. Entscheidende Momente, den Wind abzufangen für die Kapitäne in den Momenten, damit sie nachher vorne fahren, wenn es nachher auf den entscheidenden Berg geht. Okay, Guillaume von Kersburg fährt das Ding vorne an, geht raus und jetzt kommen die großen Jungs und spielen vorne mit. Vermerscht mit einer Attacke am Wolfenberg, die sich gewaschen hat. Wir gucken mal mal rein in die Daten. 1,13 Minuten am Wolfenberg. 36er Schnitt mit 742 Watt im Durchschnitt, 9,1 Watt pro Kilo. Watt eine Ansage mit 1.330 Watt im Peak. Also wirklich mal eine richtige Attacke gesetzt. Setze sich dann das Ganze ab, ungefähr 55 vor Ziel. Versuche dann eine Gruppe zu initiieren mit Fliegen zusammen und dann rollen die erstmal vorne rum. Und jetzt ist das große Entscheidende, nach so einer Attacke musst du erstmal mal einen Effort weiterhin leisten, erstmal Laktat abzubauen und das Ganze irgendwie auf Geschwindigkeit weiterhin zu halten. Und dann haben wir jetzt hier folgend 35 Minuten danach, also Vermerscht nach dem Wolfenberg mit 424 Watt im Schnitt. Vermerscht großer, schwerer Fahrer. Das ist dann ungefähr Schwelle, Unterschwelle, Sweet Spot bei ihm. Und das brauchst du erstmal schnell, also du musst erstmal schnell wieder versuchen Laktat abzubauen. Das ist das, was die Jungs auch im Training immer wieder einstreuen, um dann jetzt letztendlich einen Effort zu leisten, den sie dann auch für eine längere Zeit anhaltend leisten können. Und das Ganze sehen wir dann auch nochmal hier unten in dieser Grafik, wenn wir uns an die Leistung anschauen mit dem W-Prime. Das ist das, was wir mal auch betitelt haben als die anaerobe Kapazität, wie viel Puffer du dir quasi nehmen kannst. Er schaut sich das einmal komplett leer, diesen Tank, und dann füllt er ihn quasi sukzessive nach und nach wieder auf, schafft es aber dennoch eine hohe Dauerleistung zu fahren. Wir springen in Kilometer 34 und jetzt sehen wir noch einmal, wie wichtig es ist, sich vorne zu positionieren. Wir haben vorne eine Gruppe oder entsprechend ein größeres Fahrerfeld, wo dann Oliver Nasen vorne sind, sind Wout van Aert und Colbrelli, die passen vorne ganz gut auf. Hinten ist richtig Alarm, wir sehen einen kleinen Feldweg, einer Reihe, es geht hoch und runter, vielleicht noch ein bisschen Wind von links von der Seite und hinten wird richtig Effort geleistet. Wir sehen auf einmal Sagan hinten ein bisschen rumfahren, der es vielleicht entweder nicht die Form hat oder so ein bisschen taktisch auch die Gruppe vorne verpasst hat. Und wenn vorne wieder Sweetspot gefahren wird, bis Fat Max sogar, also sich so ein bisschen erholen können im Windschatten, sind die hinten noch lange bei EB-Leistung. Und wenn die hinten aufschließen können, dann wird vorne wieder attackiert. Das heißt, wenn du einmal in diese Waschmaschine kommst, hinten einmal rumzutouren, dann wird das richtig schwer. Und so sehen wir halt, wie entscheidend es ist, den Kapitän vorne abzuliefern für die entscheidenden Phasen, auf Kosten vielleicht eines Helfers, aber dass er dann vor allem sich die Watt einspart und vorne sich ausruhen kann, während hinten nochmal richtig Alarm gezündet wird. Okay, jetzt wird es richtig spannend. 31 to go. Wir haben vier Fahrer vorne, zweimal von Jumbo Wismar, zweimal Ineos. Tiesch Binot mit Wout van Aert und zwei Ineos-Fahrer. Und Tiesch zieht das Ding mal richtig von vorne an. Und wer verpasst den Zug? Sonny Colbrelli. Und der muss jetzt richtig Effort leisten, damit er da wieder hinterherkommt. Wir sehen jetzt hier einmal im Power-File, 6 Minuten 14 von Tiesch Binot mit 900 Watt Peak am Bären-Dries-Anstieg für 1,40 Meter. Und Colbrelli muss da jetzt ranspringen, weil er diesen Zug verpasst hat. Und das sind diese Efforts, die richtig kosten im Finale. Weshalb dann so ein Wout van Aert sich natürlich vorne ausruhen kann, warten kann, bis Tiesch Binot da vorne seinen Effort macht, vielleicht sogar eingeholt wird und dann seine Attacke setzen kann. Wir schauen uns einmal den Power-File an, den es auf einmal dann braucht, wenn man vorne den Zug verpasst hat. Sonny Colbrelli am Bären-Dries alleine, 588 Watt für knapp 2 Minuten, mit Peak sogar 1.000 Watt oder 1.100 Watt sehe ich. Dann kommt eine kurze Abfahrt, er kann sich so ein bisschen erholen, rollt an die Gruppe ran. Und dann kommt der nächste Anstieg, Vossenhol, wieder 2 Minuten 22 mit 464 Watt. Das heißt insgesamt eine Phase von 5 Minuten, 474 Watt von Sonny Colbrelli. Und das vor allem nach 3.500 geleisteten Kilojoule nach 4 Stunden Rennen. Und das ist ein Effort, der kostet richtig viel. Und wenn man nachher mit Sprint nochmal vorne mit dabei sein will, dann ist es entscheidend, dass man sich da die Körner aufspart. Und da muss halt so ein Sonny richtig attackieren, weil er einmal diesen einen Moment verpasst hat. Richtig schlau von Jumbo Wismar und schwierig für Sonny das entsprechend zu parieren. Wir springen nochmal ein paar Kilometer nach vorne, 20 noch zu fahren, kurz vor der Mühl von Gerardsbergen. Richtig schlauer Move, Tiesch Binot fährt nochmal Solo weg, kurz vor der Mühl. Das heißt, Baut von Hart kann sich hinten ein bisschen ausruhen, guckt, checkt die ganze Lage, lässt die anderen natürlich in Efforts fahren. Tiesch Binot erlaubt sich selber ein bisschen Vorsprung, um über die Mühl vorne mit durchzukommen. Wenn du zum Beispiel schlechte Beine hast, ist es ein richtig guter Trick in dem Moment. Also schlechte Beine im Sinne von, ich kann keine hohe Peakleistung treten. Richtig gut vorne wegzufahren, zu versuchen dann eher über die Mühl zu fahren, dass wenn die hinten attackieren, dass man dann noch mit dabei ist. Also Tiesch fährt Solo raus, fährt 439 Watt über 6 Minuten 41. Hat oben noch eben 5 Sekunden, als dann Küng hinten aufzieht, Wout das Ganze pariert, Wout auf Puls und 2, 3, immer schauen, was passiert hier. Lässt Matej Moritsch von vorne fahren, lässt Küng von vorne fahren, lässt alle die Efforts machen und wartet quasi, bis die so ein bisschen aus der Reserve gelockt werden, damit das Ganze dann zusammenführt, was dann am Ende auch passiert ist, um dann wiederum die Konterattacke relativ zeitnah setzen zu können. Um euch noch einmal abzuholen, was an so einer Mühe von Gerardsbergen abgeht. Nach ungefähr 4.000, 4.500 Kilojoule geleisteter Energie, je nachdem, bei Vermeersch sind es 4.700, Greg Van Avermaat 4.000, je nach Gewicht. Und Fahrweise werden noch Efforts geleistet von 3 Minuten ungefähr, von 525 Watt bei Sonny Colbrelli, also richtig hohe Efforts, 17 oder 20 Kilometer vor Ziel. Und das ist das, was entscheidend ist, dann im Finale. Und jetzt gehen wir nochmal auf die letzten Kilometer, wie Wout sich da weg ekelt. Jetzt Finale, T-Spielnot wird eingeholt und relativ zeitnah setzt Wout schon seine Attacke, schon unmittelbar vor dem Bossberg. Interessant, weil am Bossberg selber alle so ein bisschen aufmerksam sind, was jetzt passieren wird, alle so ein bisschen wachsam, die nächste Attacke, die geht, wahrscheinlich direkt gecovert wird. Aber wenn du kurz vorm Anstieg wegfährst, sind alle noch so ein Moment, wo sie eigentlich sich denken, okay, ich will eigentlich meine Beine sparen. Und wenn Wout von Aert an so eine Attacke setzt, kurz vorm Anstieg, dann gehen die Fahrer nicht direkt hinterher, wenn sie gerade sowieso schon so einen hohen Effort leisten mussten. Das heißt, alle gucken sich so ein bisschen gegenseitig an, das gibt Wout ein paar Sekunden, die sind vielleicht gar nicht in der Lage, richtig hinterher zu fahren. Wout kriegt seine paar Sekunden Vorsprung und dann am Anstieg selber, wo der Windschatten gar nicht mehr so extrem reinspielt, zieht er seinen unglaublichen Effort hoch und vergrößert seinen Abstand nochmal deutlich, um das Ganze dann eben halt solo nachher ins Ziel fahren zu können. Und auch da, wenn wir uns mal Bosberg nochmal anschauen, 1,30 ungefähr, Sonny Colbrelli 530 Watt, Alexander Kirsch 552 Watt, Moritz 480 Watt, Tiespinot 482 Watt. Da werden nochmal richtige Alarm-Efforts gefahren im Finale und kommt trotzdem nicht deutlich näher an Wout von Aert. Dann quasi setzt du da 1,30 Vollgas hoch, bist froh in der Abfahrt, wenn du irgendwie so ein bisschen Laktat abpuffern kannst. Und wenn dann nochmal so ein Wout von Aert konstant weiterfährt vorne, wir haben leider keine Powerdaten von ihm, dann wird das richtig schwierig, dass der nochmal eingeholt wird, weil alle sich so ein bisschen gegenseitig angucken. Und wir kommen ins Finale, Wout von Aert zieht das Ding solo durch, richtig stark gefahren, vor allem richtig schlau gefahren, seine Möglichkeiten genutzt und taktisch das Team richtig gut den Anfahrer, Tiespinot genutzt. Dann Sonny Colbrelli hinten im Sprint gewinnt vor Greg Van Avermaat, 2 Minuten 16 Greg Van Avermaat mit 460 Watt und dann Peak von 1200 Watt, 12 Sekunden mit knapp 946 Watt und Colbrelli da mit 2 Minuten 16 436 Watt, also nochmal hohe Average Durchschnittsleistung vor dem Sprint mit einem Peak von 1190 Watt. Für einen Sprinter ist so ein 1200 Watt Peak jetzt nicht mehr so viel, aber nach rund 4,5, fast 5000 geleisteten Kilojoule ist das dann doch mal ein deutlicher Effort. Vor allem merkt man nochmal, da sind Sprinter vorne oder Fahrer vorne, die dann irgendwie nach dieser Leistung nochmal einen langen Sprint fahren können, sich so ein bisschen Peak quasi noch erlauben können aus dem Windschatten heraus und gar nicht so die großen Sprinter mit den großen Watts mit 1500, 1800 Watt, die man vielleicht aus dem Tour de France Finale kennt. Zusammenfassend, wenn man sich die letzte Phase anguckt, die letzten zweieinhalb Stunden des Rennens Mati Moritz mit 363 Watt Normalized, 305 Watt Average, Colbrelli ähnlich, 366 Watt Normalized, 306 Watt Average und vermehrt dann 419 Watt Normalized Power, 352 Watt Average, auch ein schwerer Fahrer, aber auch ein aktiverer Fahrer im Finale und dann nochmal das ganze Rennen, 5 Stunden, 370 Watt Normalized Power, 285 Watt Average und 5100 Kilojoule, merkt man, was es dann eigentlich bedarf beim Omloop da vorne mit reinzufahren, riesen Effort, ist auf jeden Fall echt spannend gewesen und war interessant auf jeden Fall sich Daten anzuschauen. Das war es zur Omloop Analyse, richtig spannende Daten, coole Einblicke, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos und macht's gut, ciao!